Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Schattenwolf. Wie ich bin heute wieder bei MyCraft. Heute bauen wir das Haus zu Ende. Versuchen noch ein paar Goldene Äpfel zu machen, um vielleicht an den nächsten Villager heranzuholen. Und ja, fangen wir gleich an. Wir müssen ja noch ein paar Bäume schlachten. Los geht's. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann macht es bitte. Und ein Like wäre wirklich schön, damit könnt ihr mich super zu unterstützen. Und ja, los geht's. So. So. Da. Wir machen mit das. Da. Da. Das ist ja gelieft. Wieso komm ich jetzt gerade auf Star Wars? Naja, die Dachsrede ist ja auch wirklich toll. So. Dann haben wir das. Und das. Und das. Wollen wir das? Wollen wir das? Oh. Oh, ich weiß nicht, aber okay. Okay, so. No. Okay, so. Okay, so. Okay, so. Okay, so. Das wollte ich noch ersetzen durch so ne Dinge hier und dies hier. So. So. Okay, so. Okay. 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 Schön, dass es funktioniert. So, jetzt kommen wir jetzt ja... Verdammt. So, warte. So, up dahin... So, jetzt kommen wir jetzt mal. So, jetzt kommen wir jetzt mal. So, jetzt legen wir hier noch ein bisschen... So, jetzt kommen wir hier. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yes. Vielen Dank. 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 Oh, God, I'm... 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 ... I'm...